Die More Spice Sorte Italian Allrounder war schon sehr lange auf meiner Wunschliste. Nun komme ich auch endlich dazu, dass ich dieses Gewürz teste. Diese Gewürzmischung erinnert total an eine Pizza. Es duftet tomatig und sehr intensiv nach Oregano und Basilikum. In Kombi mit Nudeln und Proteinsahne soße schmeckt es genauso geil wie das Gewürz riecht. Sehr tomatig, intensiv nach Basilikum und Oregano. Knoblauch kommt hier nur ganz dezent durch. Man braucht gar nicht mal so viel von diesem Gewürz, um einen intensiven Geschmack zu bekommen. Von meiner Seite her kann ich es absolut weiterempfehlen.